Kann ich euch noch mal hören? Komm, lass es tanzen! Komm, lass es tanzen! Komm, lass es tanzen! Geht's noch lauter? Komm, lass es tanzen! Kika! Komm, lass es tanzen! Komm, lass es tanzen! Kika! Kika-Tanzer! Genau, Kika-Tanzerlangen. Immer samstags um 10.20 Uhr. Im Kika zu sehen gestern, also war es wieder so weit. Und, ja, ab August gibt's auch die ganzen neuen Folgen. Wir haben schon die elfte Staffel hier abgedreht. Wir waren in diesem Jahr oben an der Ostsee, in Warnemünde, in Rostock, in Wismar. Da haben wir ganz neue Folgen gedreht. Da könnt ihr aber einige interessante Sachen sehen, lernen und mit tanzen natürlich. Singa ist dabei, die Tanzalarm-Kiss. Und natürlich Alex auch immer wieder mit dabei. Samstags 10.20 Uhr, Kika-Tanzerlangen-Zeit. Zurzeit immer mit einer Doppel-Folge. So, Freunde, nach diesem fröhlichen Lied muss ich jetzt zu einem etwas weniger fröhlichen Thema kommen.